Westfländern ist eine Provinz Belgiens, sie liegt im Westen der Region Flandern, zu der auch die Provinz Ostfländern gehört. Der westliche und nördliche Teil der Provinz besteht hauptsächlich aus flachen Poldergebieten. Im Süden befindet sich eine Hügelzone mit dem Kemmelberg als höchster Erhebung. Westfländern und Antwerpen sind die einzigen belgischen Provinzen, die einen direkten Zugang zum Meer haben. Die Einwohner sprechen oft einen der westflämischen Dialekte des Niederländischen. Die Gemeinde Komines Warneten bildet eine von Westfländern und Frankreich umschlossene wallonische Exklave, die zur Provinz Hennegau gehört. Gouverneure 1944-1979 Baron Pierre von Autriveday-Tol 1979 Leo Warnackere 1979-1997 Olivier Warneste 1997-2012 Paul Breine Seit 2012 Karl de Kaluwe Bezirke Die Provinz Westfländern ist in acht Bezirke untergliedert. Diese werden auf Französisch als Arrondissements und auf Niederländisch als Arrondisman bezeichnet. Manchmal wird die Bezeichnung Arrondissement auch auf Deutsch verwendet, obwohl Bezirk der amtliche Begriff ist. Gemeinden Siehe Infobox für die Lage der Gemeinde in der Provinz.